einen wunderschönen guten tag martin rief ich sitze jetzt wieder mal hier auf meiner terrasse bei wunderschönem herbstwetter ich hoffe bei dir ist es auch so schön bin hier in der nähe von zürich und ich habe jetzt ganz spontan gedacht ich möchte einfach ein gutes fazit machen über die letzten sechs monate sind genau sechs monate seit ich mit diesem neuen geschäft gestartet bin und ja ich möchte einfach erzählen was passiert ist und möchte ganz von vorne anfangen ganz kurz damit wenn du jetzt vielleicht überhaupt noch keine ahnung hast worum das es geht dass du ein wenig im bilde ist ende jahre also ende 2021 war leider die firma mit der wir bisher gearbeitet haben ja praktisch wie soll ich sagen nicht tot aber es war einfach nicht mehr daran zu denken dort weiter zu fahren aus verschiedensten gründen möchte tatsächlich weiter darauf eingehen so einfach für uns alle die dort involviert waren mich natürlich auch insbesondere für mich weil ich habe das ganze jahr gestartet hier in europa war es eine riesen enttäuschung und ich habe einfach dann gesagt weil es mir auch deswegen gesundheitlich sehr sehr schlecht gefangen ist ich werde nie mehr ein network marketing machen wirklich nie mehr das war das allerletzte mal und ich habe auch jedem gesagt der mir angerufen hat für neue sachen ich habe gesagt hey lass mich in ruhe mit network marketing nie mehr so etwas und ich habe dann nachdem ich mich dann im januar bis aufgerappt hatte das war wirklich immer noch sehr sehr schlecht aber ich habe dann ein neues geschäft gestartet im bereich werbung und zwar gab es eine neue technologie die ich dann hier in der gegend an geschäfte verkauft habe die gastronomie boutique etc das war sehr sehr gut ich habe auch hier sehr guten erfolg gehabt ich war in kürzester zeit auch wieder den top bekäufen bei der firma hat mir riesig spass gemacht völlig etwas ausserhalb von network marketing und so wäre es auch weitergelaufen ich habe dann anfang april ein produkt aus dem keller geholt dass ich geschenkt bekommen hatte bereits im dezember war also vier über vier monate im keller weil ich gar nicht gewusst hatte warum das dort geht und habe dann das produkt angefangen zu nehmen und ich hatte sofort einen super erfolg vielleicht hast du bereits ein video gesehen von mir mit meinem rücken es sind aber noch andere sachen mit long go wie geschmacksverlust der wieder gekommen ist in der kürzester zeit und andere dinge heute nach sechs monaten mit diesem produkt muss ich sagen ich bin total ich bin wie neu geboren ich fühle mich mindestens zehn jahre jünger es ist einfach eine ganz fantastische sache und ich habe dann bereits im april angefangen darüber zu reden ich habe einfach gesagt hey ich habe da ein produkt das hat mir so geholfen mit meinem rücken und dann kamen ganz ganz viele menschen die das eben auch haben wollten und so habe ich dann das einfach den leuten geholfen diese bestellung zu machen bei der firma und so bin ich dann hier quasi in diese sache hinein gerutscht und es ist ein network marketing und ja manchmal ist es einfach so eine türe geht zu eine bessere geht auf oder eine größere man sagt auch nach dem regen scheint die sonne und genau so ist es mir hier passiert und mittlerweile ganz ganz vielen menschen kundenpartnerinnen die dieses produkt verwenden und einfach wahnsinnig tolle erfolge haben heute muss ich sagen genau sechs monate sind jetzt her ich bin so happy ich habe mittlerweile natürlich auch dieses werbegeschäft in den hintergrund gelegt und konzentriere mich voll auf dieses auf diese sache weil es eben eine total sinnvolle sache ist man kann so vielen leuten helfen mit diesem produkt es ist etwas absolut innovatives absolut das absolute nummer eins produkt im ganzen cbd markt also wirklich sensationell und auch nicht nur das produkt und eben auch alles andere rundherum stimmt einfach wahnsinnig alles ist total harmonisch alles stimmt überein einfach alles was es braucht was wir vorher in der anderen firma so lange dafür gekämpft haben dass sie es bringen dass sie was machen dass sie uns helfen und hat nicht irgendwie nicht richtig funktionieren hier funktioniert einfach alles absolut professionell und dann ist es natürlich auch so ist ja logisch wenn du vielen leuten hilfst und es gibt wahnsinnig viele empfehlungen und das spricht sich um dann steigt natürlich auch das einkommen das ist doch ganz klar ich blende hier mal mein einkommen jetzt ein das mache ich eigentlich nicht gerne aber einfach dass du mal ungefähr eine ahnung hast das ist also das einkommen in einer woche in der letzten woche und das nach sechs monaten es gibt zehn verschiedene einkommensarten das ist jetzt eine aus einer quelle heraus dieser betrag und das ist doch einfach verrückt oder aber da sieht man eben was möglich ist und du hast eben auch diese möglichkeit ganz genau gleich es läuft alles über das produkt wenn das produkt bei dir funktioniert dann wirst du auch hier erfolg haben und es ist hier so einfach erfolgt zu haben weil jeder mann heute überall redet man von cbd das ist ein riesenthema und wenn du in diesem markt das nummer eins produkt in den händen aus dann hast du einfach dann hast du ein geschäft was einfach was funktionieren muss nicht kann es muss funktionieren also ich kann dir jetzt einfach nur die empfehlung geben meine meine erfahrung nach diesen sechs monaten ist einfach wahnsinnig toll es ist super ich kann dir die empfehlung geben schau dir das ganze einmal richtig an du kannst dich bei mir melden ich zeige dir ganz genau wie das ganze funktioniert ich zeige dir wie du selbst eine bestellung machen kannst von einem großen rabatt profitieren kannst et cetera et cetera einfach melden du kannst natürlich auch sagen ok dann klicke ich jetzt weg für mich ändert sich daran nichts ich werde hier weiter menschen helfen ob du jetzt das möchtest oder nicht ist für mich nicht der große unterschied aber es könnte für dich ein großer unterschied sein wie es bereits für tausende in der mit in der zwischenzeit ein großer unterschied geworden ist ich habe noch nie so viele positive begeisterte menschen gesehen jetzt hier in diesem geschäft das ist die wahrheit und ich wünsche dir dasselbe mach einfach den schritt melde dich und alles unverbindlich wir reden miteinander und schauen was man machen kann was du machen kannst ich informiere dich über alles und wer weiß vielleicht ist jetzt gerade diese spontane gedanken von mir ein solches video zu machen und dass du jetzt das gerade jetzt auch siehst ist vielleicht ein glücksfall und es würde mich freuen wenn du dich meldest bei mir in diesem sinne wünsche ich dir einen schönen tag hoffe wie gesagt dass du auch so ein wunderschönes herbstwetter geniessen kannst und ich freue mich von dir zu hören danke dir bis bald ok tschüss